Oh, die haben ne schöne Brawl kommt, ne? Ja Eiler ist gleich, also, an der Feier, ne? Auf die Great Decks hinten! Oh, die sind aufnehmen, ich bin tot, oder? Ja, silenced Ich hab grad cooldown Alles gut, ich komm noch weg Noch mal silenced Alles gut, ich bin voll, alles gut Schützerrüstung, easy Geht dem, so Keule töten Hinten, die Keule Keule, geh weg vom Nift, da hinten kriegen wir hier Stunt Silenced Oh, weggebounced, okay Machen wir's halt so Gibt's bei dir noch was, wenn wir zu dir kommen? Nein, nein, nein Alles gut GG Nice blade Perfekt, in 3 Minuten geht die Kiste auf und dann ist es 12 Uhr und dann ist Feierabend Ja Dann gibts den Dicken Lutz mit Ja Komm was wieder weg Wacht, abflug Abflug Wieso das denn? Böse? Wir wissen noch viel böser haben wir böse und sie sind doch nichts denn die nix sind 1300 tops sind gar nix 1 4 habe ich hier neben mir stehen okay so 345 okay ja dann sammeln wir für freiten und ist einmal genug kommt kommt das sammeln wo ich sie noch ein 1 4 wir hatten jetzt kommt sonst ein kurz unsichtbar ich stehe neben euch blitz der will wegrennen der dicke tollen bäubel wegrennen unten ab den rest genagelt der will keiner okay dann lasse ich den oben auf dem werwolf treffen der ist weg jetzt ist noch ein heiler bei mir und euch entgegen net hitten stopp stopp jetzt kommt wir auch noch ein was sonst auf die kiste auf die kiste gehen müssen schnell und dann kiste in einer minute der krieg ist der fall ist der fakt ist haben wir den facebook weil es nicht sieben leid oder so mit einem 53 wehrwolf ich verstehe gar nix das bs machen wir stellen post stellen post machen irgendwas kautet ob der mehr von das dass wir seitdem ist die gilde von dort das ist jetzt nicht mannten also Also ohne Mantel, rein im Mantel. Äh, lass mich looten, oder? Ich hab nix. Das ist Free-for-all-Loot bei dem Ding, das ist einfach looten. I'm back. Okay, ne, dann lootsplit mal. Ne, es geht um was anderes. Achso, wegen Premium. Jetzt muss ich mich heilen. Alles zum Sterben.